Bier Power! Jawoll! Oh Junge! Geil! Weißt du nicht wieviel Kilo sind das ungefähr? 15, vielleicht sogar 20, weil 5 Kilo Wasser, 5 Kilo Wasser, 1 Kilo, 6 Kilo, der Rucksack wiegt in dem Zustand auch leicht über 4 Kilo sind schon 10 Kilo Kochgeschirr, ja das sind 15, also Minimum 15 Kilo, Minimum! Darauf kann man Bier Power machen!